Mann, das kann nicht dein Ernst sein, als Panzer von einem leichten Panzer wegzufahren! Boah, was habe ich da für einen Fahrer gehabt, ey. Inkompetenz pur. Boah, da bin ich an der falschen Stelle gesp... gesp... gesponnt! Oh, da kommen sie schon mit dem Panzer an. Fange ich lieber mal hier an. Das kann echt nett sein, oder? Bleib drin hocken! Ich repariere dich! So, den Rest kriegste alleine hin. Ich seh grad nix. Den krieg ich mit der RPG nicht. Aber das Ding da musste weg. Da muss man irgendwann nochmal wieder durchlaufen können. Da hockt ein Sniper, das heißt wir haben schon mal aufgedeckt und falls jemand rauskommt... Oh, da liegt's mal einer. Dieses Fahrzeug ist ein einziges Stück Scheiße. Doch, bitte, bitte. Verdammter Mist, ey! Verdammter Mist, ey! Du hast einen Brot angeschaut bis zum Platz! Nein! Meine Club hat den Geist aufgegeben! Sei keine Gattung mehr! Oh, yeah! Du hast einen Brot angeschaut gegeben! Wer hat den Geist aufgegeben! Da unten hockt noch ein LAW, da bin ich mir sicher. Ja, ja, ja. Schießt ihr nur daneben. Ich warte lieber auf den günstigen Moment. Und sterb dann. Noch ein, zwei Schuss. Ah, der ist ausgestiegen, einer. Sehr schön. Und raus. Ne, ne, ne. Dadurch machen wir mich zwar ultra verwundbar. Da ist kein Loch in der Wand. Ich will hier ein Loch haben. Da kann ich immer nachladen. Alles klar? Ja. Okay. Na, 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 na. So. Und dem Gaul die Spuren geben. Da oben ist er hängen geblieben und ausgestiegen. Oh. Okay. Ihr wollt's auf die Medic-Tour, ihr kriegt's auf die Medic-Tour. Was ihr könnt, Leute, kennt ich schon. Sehr schön. Sehr schön. So, jetzt hab ich mich verwundbar gemacht. Da hab ich... Da lebt noch eine. Mein Gott, wie viel von euch soll ich noch töten? Noch mal ein bisschen Werbung. Ups. Ah, bin ich gegen's Mikro gekommen. Be... What war my... Oh. Ich bin mit dir, ob Sie Lawmen falei sein. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Wow, okay. Oh, okay. Oh, okay. Ok, wir sind da, wo wir sein wollen. Das Einsatzzieher neutralisieren. Dieser Weihnachtsnot ist ja voll krass drauf. Bitte was? Dieser Weihnachtsnot ist ja voll krass drauf. Weihnachtsnot? In der Tat, das tut ihr. Knapp, aber ihr verliert. Schade, da wollte ich noch aussteigen und eine Granate da reinschmeißen. Das wäre wahrscheinlich sogar ein Multikill geworden. Wie ihr euch da drin verschanzt habt. Habe ich gut was abgeräumt? Als Heli-Pilot? Ich bin auch voll krass drauf nicht. 14, 17, das ist gut. Besser als sonst. Du hast doch eh gesagt, dass die KD nicht wichtig ist. Jaja. Ab einem gewissen Skill-Level. Am Anfang hatte ich eine KD von 8,4. Für den Anfang ziemlich gut, ja. Ab einem gewissen Skill-Level. Ab einem gewissen Skill-Level geht die KD automatisch nach oben. Achso. Aber jetzt müssen wir ihn an-teamen. Wie gesagt, das lässt der Server nicht zu. Wenn wir jetzt zufällig in einem Team sind, dann ist es gut. Aber wenn nicht, dann können wir nichts gegen machen. Das sind die Regeln des Servers. Nein, ich bin nicht in deinem Team. Okay, da scheinen irgendwelche... Jetzt schauen. Echt? Komm in mein Squad, da ist noch Platz. Ich konnte, ich konnte weitreten. Okay, jetzt bist du drin. Ja. 3, 2, 1. Also ich bin jetzt mal wieder als Versorgung, weil das ist das Beste, was ich kann. Vorsicht. Vorsicht. Du bist hier für Anti-Air zuständig, also mach's am besten so. Da fliegt ein großer Heli über uns. Über unserer Base schießt jetzt auf dich. Oh. Ey, ist das ein krasser Pilot, ey. Kann der jetzt da grad nicht so helfen. Ja, ich bin ja nicht mehr drin. Magst du mit aufs Noto warten? Nein. Okay. Hallo? Oh, losfahren. Scheiße, das ist ein Panzer. Boah, raus hier, ey. Raus hier. Das Ding kann ja gar nichts. Da bauen wir zum Panzer. Nein. Unsichtbare Wände, wie ich sie hasse. Hier schlagen auch die ganze Zeit Kugeln ein. Der macht's eigentlich richtig. Der hält, äh, Distanz. Oh, ich hab's sogar getroffen. Hilfe bei Kill, sehr nice. Das ist ein Panzer bei uns an der Base. Äh, an der, ähm. Bei D. Die sind hier drin, also Vorsicht. Okay, irgendjemand schreibt, die gekillt zu haben, oder sie haben sich zurückgezogen. Da unten läuft einer mit einer Schotty rum. Oh, ich glaub, ich sollte demnächst wieder als Medic reingehen. Weil, ich glaub, Pioniere haben wir hier jetzt nämlich... Da unten, unten! Läuft über den Fluss. Okay, ich glaub, du hast ihn gesehen. Hat sich hingelegt. Wieder aufgestanden. Rennt jetzt hoch. Ist am Stein. Ah, ja, wir haben den Tod. Ja. Spawn bei D. Der hat ja nicht mehr, eh nicht mehr viel Leben. Ich hab die Schattenqualität runtergestellt. Das heißt, ich werde wahrscheinlich Feinde schlechter erkennen. Verdammt, den hab ich übersehen. Da ist ein Medic an meiner Leiche. Okay. Bitte macht einer. Bitte macht einer. Verdammt. Geh in Deckung. Geh in Deckung. Geh da weg. Danke. Das heißt nämlich, ich konnte bei dir spawnen. Den hab ich einfach mal blind erschossen. Die sind innen drin. Vorsicht. Ich mach rum. Diese Glitch-Mechanik ist... Ich bin tot. Und du auch. Ich hab ihn irgendwie erwischt, aber ich bin tot. What? Die haben uns alle Punkte abgenommen. Hä? Ist bei dir jemand auch gestiegen? Ja. Ja. Ich muss auf jeden Fall warten. Ich muss auf jeden Fall warten. Ich muss auf jeden Fall warten. Ich würde mir nicht zu nahe kommen. Ich hab's kampfunfähig gemacht, aber zerstört krieg ich's wahrscheinlich nicht. Feindlich ist vielleicht die Panzer des Fahrzeugs in Ordnung, wie die sich... Okay. Hab's zerstört bekommen. Ich bin ein Gegner. Ich seh keine. Ich halt dir soweit nur rückenfrei. Achtung. Das Einsatzziel wurde neutralisiert. Da kommt aber ein Panzer von D hoch. Die haben wir auch erobert, aber da unten steht noch ein gegnerischer Panzer. Das könnte unschön werden. Man braucht Munition. Versuch's mit den Kötzeln zu machen. Demnächst. Nur mal ein Tasten. Ja, hab ich ja. Achso. Aber ich wechsel die halt immer. Achso. Obwohl ich ziemlich selten auf zwei drücke. Ich drücke meistens eher als die Weckse, meistens eher drei bis vier. Obwohl zwei eigentlich ne ziemlich häufig gedrückte Taste sein müsste. Weil es ist, wenn deine Hauptwaffe leer ist, dann muss das dein Backup sein. Ja, ich weiß, aber... Ja. Ja, ja, das sind so Sachen, die du erst, äh, ne, später lernst. Das machst du irgendwann ganz automatisch. Hm. Ja, ich bin nicht bei dir in der Nähe. Die innen drin sind massig von denen. Hier geht ja mal monstermäßig die Post ab. Gefällt mir. Ach, schön. Ich nehm den Weg hinten rum. Scheiße, nein. Ah. Ey, ich bin fast tot. Kannst du mir vielleicht ein Medikit hinschmeißen? Ich bin leider Pionier. Achso. Das ist scheiße. Ich habe nämlich gerade sehr wenig... Oh, scheiße, da ist ein... Gebt dich in Deckung, also lauf. Ja, mach. Nicht gut, was lieber. Wir sollten uns um die äußere Flanke kümmern. Siehst du mich? Äh, ja. Lauf mir nach. Ich kann hier Unterstützung gebrauchen. Aber vorsichtig hier sein. Wir dürfen hier nicht so schnell entdeckt werden. Achso, habt ihr feindlich Telefon zu Gesicht? Darf ich schießen? Ja, aber nur, wenn du wirklich sicher bist, dass du einen triffst. Verdammt. Der ist zu schnell verschwunden. Vorsicht jetzt, wir müssen die Stelle hier halten. Unsere Leute kriegen zwar einen sehr netten Push hin, aber wir haben hier kein Backup. Das heißt, falls die Leute, die jetzt noch da vorne stürmen, tot sind... Getroffen. Okay, er hat dazu gelernt. Wir haben über uns einen großen Heli. Müssen aufpassen, dass der uns nicht von hinten aufreibt.